Das merke ich jetzt schon. Version 4 ist aber wesentlich besser. Mein Problem eben war ja, ich habe halt den ersten getötet mit der Schrot-Sniper und das hat halt der Igel gesehen. Und dann musste ich den Igel töten, weil er hatte ja gesehen, dass ich ihn nur mit den anderen umgebracht habe. Und dann blieb es halt nur noch du übrig. Sind alle auf dem Server? Hat irgendwer von euch oben schon mal das Gemälde im Haus gesehen? Rayon kommt mal mit. Wo? Hier rein. Zieht euch mal das Gemälde da hinten rein aus der Entfernung. Nein, du kommst ja nicht rein. Aus der Entfernung, Rayon. Da siehst du es besser. Hä? Ich mag das. Ich auch. Du stehst den Weg, Conny. Geh mal weg. Das ist CS Office. Eine Counter-Strike Map hier hinten. Auf dem anderen Gemälde. Das hier ist Office. Das hier ist Office. Kuss, ich werde dich jetzt schlagen. Ja. Ja. Ja, dann schlag dich. Komm. Alter. Ja komm, ich schlag dich auf. Warte. Du bist mir in den Schuss reingelaufen. Ja, ich schlag... Ja, ich schlag... Ja, ich schlag... Ja, ich schlag drauf. Ja. Was? Bist du Traitor? Nee. Und ich kann es dir beweisen. Ich kann nämlich die Leiche nicht aufhängen. Ja, ist klar. Die kann jeder aufhängen. Guck mal, ich kann die Leiche aufhängen. Warte. Ja. Du musst die mit dem Magneto-Stick nehmen. Ja. Rechtsklick, und dann rechtsklick auf die Wand. Kann man eigentlich die Schweine schießen? Ja. Oder linksklick, ich weiß nicht. Da. Hängt. Oder was linksklick zum Aufhängen. What? Ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor. Ich sag doch, das kann jeder. Hab ich noch nie gesehen, dass es jeder kann. Amateure. Stopp doch. Warum weiß ich als Kontrollärer, dass das jeder aufhängen kann? Und ihr nicht? Eigentlich hätte ich es im Server so eingestellt, dass es nur Traitor können. Dein Server ist beschissen, wenn hier Shot Rifle rumliegt und jeder alles aufhängen kann. Guck mal, ich kann es nicht aufhängen. Oh, linksklick. Oh, es hängt. Aber Christy muss zugehen, meine Galerie letztens war epischer. Ja! Ja! Oh! Ja! Was geht denn bei dir ab? Ich hab'n Schwein! Ich denke grad, ich hab'n Schwein! Da ist TNT. Da ist TNT. Ja! Ich hab'n Schweine-Kampf! Lass mal! Schweine-Kampf! Oh! In Schwanz-Kampf! Ja, Chris, das hättest du wohl gern. Dafür bräuchte ich doch noch ein bisschen mehr Munition! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Schweine-Kampf! Ah! Da, wo das herkommt. Ah! Da mach ich gar nicht mit. Du hast kein Schwein! Ja! Das ist so dumm. Oh Gott. Wer grad ballert? Das ist Mondmeier. Ich will die Schweine totballern. Warum? Die Schweine sind nett. Schaut die alle gegen die Schweine. Was macht ihr da? Warum kann man das nicht totmachen, das scheiß Schwein? Warum kann man das nicht totmachen, das scheiß Schwein? Wenn Popkills hier erlaubt. Nein. Keine Ahnung. Was kommt drauf an? Mit den Schweinen? Ja, das geht. Echt? Da ist Ketchup drauf schon. Hoppla. Warte, da das Schwein. Das Schwein muss tot. Mondmeier! Was? Ja, weil du mir das Scheine liebst. Ja, ich habe jetzt nur noch 54 HP. Du Schwein. Du Schwein. Das hat mir einen Schaden gemacht. Ein Schaden. Wow, deswegen gleich 50 Schaden. Ja, Entschuldigung. Ich habe es nicht geschafft, dass du eine Schrotkugel dich erwischt. Ihr seid alle so bescheuert. Nein. Sagst du. Ist irgendwas. Wie das aus? Warte, ich demonstriere dir das nochmal kurz. Spezi. Warte. Was? Ich liebe es. Oh, schön. Pony, wo bist du eigentlich? Du musst das auch angucken. Das war geiler. Das war geiler. Wie geht es eigentlich den anderen beiden? Den geht es gut. Die sind voll live. Ich bin aufs Spiel getappt. Aus, nein! So voll live wie du jetzt. Ich habe jetzt übrigens mal meinen Skin gewechselt. Das war jetzt irgendwie schwer, ohne zu lachen zu sterben. Ich bin grad auf Steuerung auf Windows gekommen. Das war nicht gut in dem Moment. Das war auch sehr unauffällig. Ich habe jetzt mal einen anderen Player, Molly. Vorher hat man hier das komische Tootoot Ding gehört. Was hat man gehört? Ja, hier die komische Lokomotive. Thomas. Thomas. Was weiß man? Bitte Traitor. Ich war heute noch kein Traitor. Ja, ich auch noch nicht. Hallo. Ich bin nur einmal Traitor. Ich bin der neue Skin. Nee, zweimal. Er ist böse! Nee, ich bin nur ein T-Rex. Töte das, bevor es einer legt! Jetzt wirst du mal, wie intelligent ich einfach bin! Quatsch! Richtig, richtig dicke Eier! Vor, was weiß ich, wieviel Millionen Jahren. 150 Millionen haben bis 65 Millionen Jahren vor. Kann es sein, dass der Server gerade gebackt hat? Hashtag Nerd! Äh, Hashtag Lag könnte es sein. Hashtag, du hast dich gut gehalten für dein Alter! Ich bin nur endlich weiter ausgegangen und dann ist er untergeschossen. Jetzt habe ich dir einen Headshot gegeben. Ja, warum?! Ja, weil ich genau dann geschossen habe, wie du mich geschubst hast. Warum machst du sowas?! Ja, ich wollte aufs Fass schießen! Und du hast mich halt genau dann geschubst, wie ich... Ich hab nur noch... Ich hör! Das war Späß hier oben am Hausdach. Ey, was? Ich hab Schudergegen, ich hab Schudergegen, ich hab Schudergegen. Aua! Das warst du, weil du standst da oben und hast genau in die Richtung geschaut. Und Mondmeier wird ja nicht so blöd sein und das Ding auf sich selbst schießen. Es hat übrigens mich zwar... Also ich hab zwar ne Beschädigung irgendwie bekommen, aber ich hatte keinen HP verloren, sehr strange. Ich hatte auch nur noch drei, weil ich die scheiß Leiter hochgeflogen bin und dann auf der anderen Seite runtergefallen. Ähm, relativ nahe am Regenbogen sein, damit du stirbst. Pony's schmecken gut. Naja, wie gesagt, ich hatte vorher nur noch drei HP. Achso. Mann, ich wusste nicht, was für ne Waffe das ist. Aber wie kommt denn jetzt dieser bekackte Bug, dass wenn ich Leiter hochgehe, einfach rüberfliege? Also alles mit Orbital und Beam im Namen ist genau das. Also das wäre der Orbital Franchi Beam und der Orbital Gronk Beam. Hattet ihr das noch nicht, oder was? Doch, eigentlich schon. Das ist ja, nein, das ist ja so hochgefliegen, wenn ihr die Leiter hochgeht. Achso. Wies. Äh, doch, das kommt irgendwie, wenn man manchmal zu schnell hochgeht und dann irgendwie auf der Leiter... Nein, was? Auf der Leiter festliebt. Ja, okay, weil ich bin in die Leiter hochgezogen und auf der anderen Seite runtergefallen. Ja. Kommt aber eher auf den TTT als von... Hey! Ich hab auf das TTT geschossen! Mondmeier. So, das war als Strafe. Ich hab 12 HP, das war so wenig Strafe! Du bist mir sehr verdächtig gerade. Ähm, Spezi ist nicht hier und unten ist da auf den Pass hochgegangen. Ja, das war ich, ich hab auf den Pass geschossen, was explodiert ist. Wenn ich gleich tot bin, war's das andere Pony, ne? Pony! Ja. Ist ja egal, es war auf jeden Fall... Pony? Rayon noch da? Rayon? Ja, der muss da sein. Ich war nicht in seiner Nähe. Geh auf die Seite. Rayon? Ja, der ist nicht da. Mondmeier ist's! Er schießt auf mich. Das Pony war übrigens sehr, sehr, sehr spät. Was meinst du mit sehr, 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 sehr spät? Ich hab's nicht gesehen. Ich kann's nicht beurteilen. Naja, du lagst tot am Boden und vier Sekunden später kam Pony. Nee, ich war gerade am Umfallen. Ich hab gerade einen Todenschuss bekommen. Kann das klar zerschlagen? Im Umfallen bist du auch schon tot. Du musst vorher am Umfallen. gesagt werden. Nein. Das schneid ich nachher so, dass es richtig ist. So, schon ein bisschen verziehen. Fertig. Ach, schade, ist ne Rifle. Ich schieße jetzt auf das TNT, mein liebes Pony, okay? Darf ich... Ja, mach das mal. Das ist nett. Er hat auf das TNT geschossen. Das TNT... Hey, ich darf das! Das TNT explodiert, wenn Preparing vorbei ist. Nein, das ist voll... Der explodiert, Chris. Man kriegt nur keinen Schaden. Kennst du nicht übrigens gar nix aus dem TTT? Könnte sein, weil das ne ältere Person vor dem Map ist. Ja, aber bei Fässern geht es auf jeden Fall nicht. Jaaa! Alter, Rayon hat runtergeschmissen. Es macht Spaß. Jetzt gibt's Rache dafür Rayon. Nein! Jetzt gibt's Rache. Nein! Ich hab Spaß. Ich sag ich ihm den Kopf schießen. Nein, dann schieße ich dir auch den Kopf. Nein, dann schieße ich dir auch den Kopf. Ich schieße ihm den Ponyhintern aus. Rayon, zeig mir deinen Hintern. Ich schieße auf dich. Zeig mir deinen Hintern. Ich schieße auf dich. Zeig mir deinen Hintern. Ich schieße deinen Schuppigen Arsch aussehen. Ja, aber... Komm, schwein mit nem Igel. Oh ja, das sieht geil aus. Seid mir deinen Schuppigen Arsch? So. Ja! Und dann weißt du wo noch hin? Auf deiner sexy Brüste. Hi. In dein Mull. Oh. Scheiße, nein! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, wie ich Schaden das macht. Ich hab vergessen, wie ich Schaden das macht. Alter! Ich wurde nicht wiederbelebt, obwohl ich einen getötet hab. Oh, mit der Shotgun im Mund ist eigentlich... Sollte man eigentlich denken, dass das einen umbringt, oder? Ja, eigentlich schon. Ich bin halt zu stark für meine Größe. Ah, alles klar. Ich hab grad richtig schön rumgezittert. Der Kürze liegt auf Schmerz. Der fühlt sich. Der Schmerz. Weil ihr steht immer so gut beisammen und tönt euch immer gegenseitig, wenn ich Traitor bin. Ja, wir gönnen dir das nicht. er ist ein Schwein! Spezialistisch ist es, Spezialistisch ist es, Spezialistisch ist es! Er ist ein Traitor! Er ist Schwein! Er ist Schwein! Rheon, hallo! Bist du im Traitor Shop? Nein im Skinshop! Skinshop, Skinshop! Skinshop! Ich trau dir nicht... Skinshop! Ja? Es ist ja gerade jemand gestoppt! Nein, du schießt nicht, ich bin im Skinshop Ich guck gerade, ob ich einen neuen Pony habe Das ist, glaube ich, neu Nee, das hatten wir auch letztes Mal schon Chris! Wenn ich gleich tot bin, war es Chris, ne? Ja, er ist es, 100% Ich hab gerade eine Leiche gefunden Was? Ich hab gerade eine Leiche gefunden Was? Eine Leiche Spezies tot Okay, Mondmeier ist Ich war nämlich die ganze Zeit bei Rayon Ich war die ganze Zeit bei Rayon Nein, der ist schon länger tot Ich hab den eben sterben hören Der ist schon länger tot Okay Ja, ja, Mondmeier ist Mondmeier ist Chris, wo bist du? Wir gehen zusammen Ja, wo bist du? Du warst gerade noch links von mir irgendwo Ich bin da oben Chris Er ist da oben Oben auf dem Weg ist er Der Mauer Das ist Chris Rayon? Ja, eben Wo ist Ich sehe Mondmeier nirgends Da hinten ist er Nee Ist er doch nicht Das ist ein Schwein Ach, scheiße Rayon Wie kann er damit verfehlen? Warum stürzt du? Hauptsache, er hat doch den Quartal-Kong Weil ein Leiter fallen Ich bin der beste Traitor Ich kann schon die Kommentare lesen Ich hab die geile Waffe, darf ich auf jemanden ballen? Bitte Oh Mann Ich tötete dich auch nicht, ich verletze dich nur schwer Da liegt ne Diegel Da liegen drei Diegels Jetzt nur noch zwei Ich will mal wieder Traitor sein Ich hab ne Diegel, ich bin Traitor Okay Chris, das nimm ich jetzt ernst, ne? Ja, ich bin Traitor Ich hab auch ne Diegel Und jetzt bin ich auch Traitor Ich werde dir jetzt n Schwein reinschieben Ich bin Traitor, ne? Fanstar Wo seid ihr? Ah, die Fenster können jetzt nicht hören Ich bin hinter dir Weg von mein Fenster Warte, ich versuch mal durchs Fenster reinzukommen Jaaa Schweine komm Schweine komm Jaaa Jaaa Der wird da hinten sind geflogen Da hinten sind geflogen irgendwo Mondmeier ballert auf mich Ähm Das Schwein ist außerhalb der Map Was sagst du? Moomeier ballert auf mich Ich hab Traitor Nein, mein Schwein ist außerhalb der Map Ich hab Traitor Nein, mein Schwein ist außerhalb der Map Wenn du rauskommen kannst Dann darf ich doch das Mond hinterher Ich bin im Täterraum, schnell Jaaa, brennt schon Pech gehabt Lalala Aber weißt du, was jetzt noch kommt? Weißt du, was jetzt noch kommt? Jetzt kommt das Beste von allen Nämlich das Schein, Alter Okay, ist jetzt grad irgendjemand geschworen Ja Späti und ich den Tod Achso, ihr seid tot Okay Gut, dann ist's ja Dann ist's ja Mondmeier Alter Alter, Mondmeier Sag ich doch Du bist mich verarschen Ja? Wann und wo? Oh lol Hier, egal wer von euch beiden Inno ist, der andere ist der Traitor Der andere ist der Traitor Und du redest doch, ist klar, ja? Späti, wir bleiben zusammen, ne? Ja, ich wurde gerade hier auf 75 runtergeballert Von einem Idioten Woke Ähm Ja, auf 25 runtergeballert So, Späti Squadposition, annehmen Was für eine Position? Squadposition Wartet auf, du brauch ich mein Schwein Ähm Wir töten ihn mit zwei Schwein, wir zerquetschen ihn zwischen den Fettfalten Ja, ja Ja, ja Bin wir drauf Oh, jetzt Wir sind bei den Schweinen, ne? Also, wir haben ja noch 3 Minuten und 30 Zeit Ja, ist mir doch egal Ist mein Problem Ich vertraue ihm viel Sie lässt mir gerade sympathisch Obwohl er schießt gerade auf Schweinen Ich mach das Schinken Ja, leckerer Ich hab Bock auch gerade Oh 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 Machst das Schwein, ne? Oh Hier liegt die geile Waffe Oh Ich hab's nicht hier da eigentlich Ne geile Waffe fressen Willst du auch mal kosten? Muss man herkommen Ne, ich bleib hier wo ich bin Spezi, wo bist du? Spezi ist tot Ich töte dich wahrscheinlich gleich von hinten Spezi ist tot Wo bist du? Hast du ihn getötet? Nein Du bist Traitor Hm Ja, du bist Traitor Ja, wo ist dein Spezies Leiche? Ich trau dir nicht Soll ich confirm? Ja, confirm mal Und sag, wo du hier gestorben bist Ich weiß gar nicht, damit du Sniper stehst Ich geh da jetzt nicht wieder hin Nö, ich versteck mich im Haus Okay Ich werd das jetzt einmal machen Und dann vertraue ich dir nie mehr, wenn du ihn jetzt tötest Vielleicht doch vielleicht allein Und Confirmed Und durch was ist er jetzt gestorben? Ähm Das ist der Body of Spezi Ähm 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 Ja Hä? Hä? Durch Knochenbrücher Hä? Ja, ja Hast du ihn nun runtergeschubst Durch den Einschlag eines schweren Objektes Was? War's das Schwein? Ohne Scheiße Was? Was warst du? Du brauchst mich gar nicht verarschen Ich bin zwar für Ponylarven Aber das bist du ja gerade nicht Ich würd mich ja versöhnen Mhm Ist klar Ja wirklich? Wollen wir was? Ja dann komm her Wo bist du? Wo treffen wir uns? Ja ich bin im Haus Ach Wo bist du? Das mit Cobblestone am Boden Wo bist du? Ich seh dich Aha Du siehst mich immer Also bist du auch im Haus oder was? Na ja Weil du auch im Haus bist und nicht draußen rumläufst Haha Intelligenz Bestie Also ich hab jetzt noch nur 16 Zeit Ich seh dich nicht Ich bin gerade rausgekommen Ich seh dich nicht Oh fuck Ray und du nicht Ich hab nicht mehr viel Leben Ich hab nicht mehr viel Leben Ja ich auch nicht Ich hatte 25 Achso ja ich hab dich geheilt Aber spätestens bist du wirklich durch Schwein gestorben Jaa Geil ich wusste das nicht Aber ich find mein Skin grade stylisch geil Das sah so geil aus weil Ray und zieh dich grad so an auf einmal Und du hebst so das Schwein nach oben Und ziehst das aber nicht mehr runter Und auf einmal Auf einmal einfach bam Deine Leiche fliegt weg Ey wo ist das so hin? Die hab ich eingesammelt Das ist ja nichts mehr weggeschmissen Hi Ray on Ich steh jetzt auf das Fass Jaa Krieg ich mein Leben nicht zurück? Jaa besser jaa Ich hab im Leben zurück Wir haben ja auch gerne mal wieder Traitor Danke Ja ich auch Ich war ehrlich nicht mehr Traitor Ich auch Ok dann töten wir uns einfach Spezi Der ist Traitor bestimmt Der war lange nicht mehr Traitor Ja ich war auch lange nicht mehr Traitor Wieso ich war doch erst ein paar Runden Traitor Ja ich auch Bitte geh doch mal runter Also ich war lange nicht mehr Traitor Ich komm gleich nicht runter Oh Hi Hier du hast in der letzten Runde schon so Traitor-like gespielt Du bist bestimmt diese Runde Traitor Hi Chris Ist da unten gerade jemand gestorben? Nein Ja ne ich bin... Okay ich hab einen Knochenfrogerazitten Und ich bin eigentlich normal Nein Wieso bist du jetzt ein Pegasus? Was bin ich? Du hast Flügel Fällt dir bei mir nicht die andere Farbe auf? Vorhin war ich rot Jetzt bin ich blau Nein aber mein Pony ist ein anderes Pony Das find ich sehr... Thomas Alter Das war so dumm Wir sind ja alle beieinander stehen Du hättest bisschen tiefer fallen sollen vorher Hab ich das Gefühl ne? Aber ich hatte recht mit Spezi ne? Ja Ja Siehste mal Ich hab einfach immer recht Hört jetzt einfach auf mich Dann haben wir keine Probleme mehr in dem Leben Ne 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 Ganz ehrlich Ne Ich hab die Macht Ist bestimmt wieder Spezi Aber echt... Ich sag nur Danke dass ihr grad so schön ineinander standet Das war echt... Gerne Wir stehen gerne ineinander Weil hab ich das andere Pony sogar getötet Kurz nicht ballern Ich bin jetzt nämlich ein Traitor Ich wäre gerne wieder Traitor Danke Pony Liebes nur bei den Main-Six-Pony Willst du die Traitor-Waffe arm kurz? Ja bitte wo bist du? Willst du wirklich ne Traitor-Waffe arm? Ja Aber ich weiß dass du mich dann tötest Oben beim Haus Ne ich töt' dich dann nicht Ich töt' dir alle anderen Damit die denken nicht mehr Traitor Hier Du bist das falsche Pony Oh Gott Ich vertraue euch beiden nicht Soll ich drehen Rayon Komm Ja Ich baller gleich auf dich Ich sag's dir Ok Drei Zwei Eins Selbst schuld Ich hab angekündigt Chris Ok Rayon Jetzt drop mir ne Traitor-Waffe Ich glaub mir irgendeine Ich glaub dir keine Traitor-Waffe Ich bin kein Traitor-Waffe Ich töte Spezi damit Ich schwör's dir Ok Liegt da was? Ist das die Shot-Rifle? Ne das ist die Shotgun Haha Sehr lustig Spezi steht hinter uns Das können wir jetzt nicht machen Chris Ja Aber Du hast ihn getötet Plasma Also ich hab Spezi ist es Plasma-Granate Das war ich Dann bist es du Nee Du hast ihn getötet Hier Ich vertrau euch beiden nicht Verdammte Scheiße Fuck Chris Wären wir jetzt alleine gewesen Ich hätte ihn eine gedroppt Ich riskier doch nicht Weil alle nebeneinander stehen Aber das mit dem Pony hat sich grad angeboten Das riskierst du Das riskierst du Nein Ich mag dieses Pony nicht Weg doch Weg 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 Hey Leute Schaut mal nach oben Ok Dann halt nicht Keine Sonne Hey Leute Ich kann meine Farbe ändern Zieht mich an Ich kann nicht beweisen Dass ich creator bin oooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkhhvhhhhhhhhhhhh Wer ballert hier? Auf dem Schwein darf man ballern! Hashtag Tierstanderei! Hashtag Ripped Greenpeace! Halleluholy! Ich dachte mir, ich nutze schnell die Gelegenheit, wenn ihr alles so auf der anderen steht. Chris, eigentlich hättest du mir als der Traitor-Waffe troppen müssen. Ja, aber wenn ihr alle auf ein... MSN, was ist denn MSN? Nehmen wir das, nehmen wir das, das ist cool, bestimmt. Ich bin grad voll sympathisch. Ne, ich bin ein Ausreißer, ich nehm was anderes. NMS würd ich jetzt asozial finden. NMS würd ich jetzt asozial finden. Der Chris weiß, was ich meine. SM? Ne, NMS. Gibt's das in Österreich noch nicht?